Hallo Rollenspiel und Zwergenfreunde. Dies sind die Buenoy News vom 12. Februar 2014. Die letzten News sind ja schon eine Weile her und es war allgemein die letzte Woche ruhig auf meinem Kanal. Da dachte ich mir, ich mache ein kurzes News Video, um etwas Licht ins Dunkel zu bringen. Also erstmal, warum so lange nichts mehr von mir kam? Das lag daran, dass ich gesundheitlich in der Lage zum Aufnehmen war. Keine Sorge, es war nichts Ernstes. Es hat mich nur daran gehindert, mein Headset aufzusetzen. Aber nun ist alles wieder okay und spätestens am Wochenende sollten neue Folgen kommen. Deswegen auch ein kurzer Blick in die Zukunft. Weiter gehen wird es erstmal mit Dust in Elysian Tale, weil mir das Projekt immer noch viel Spaß macht. Danach wird endlich mal Drackensan am Fluss der Zeit zum Abschluss gebracht. Das Projekt habe ich ja schon zum zweiten Mal pausiert, was wohl an der Länge liegt. Allgemein werde ich jetzt erst einmal die Einprojektschiene fahren, weil ich gemerkt habe, dass ich sonst nicht so ganz mit den Projekten klarkomme und mir dann die Motivation irgendwann flöten geht. Deswegen kommt nach Drackensan erst mal wieder ein kurzes Projekt. Und zwar will ich nun die Israel fortsetzen mit dem ersten Teil, also nach Origins der erste, weil der nicht so lange ist wie andere Spiele. Danach kommt mal wieder ein größeres Projekt und während dieses Projekt seinen Puffer an Folgen habe, mache ich wahrscheinlich auch ein kleines Nebenprojekt. Oder besser gesagt, ich mache vielleicht ein kleines Nebenprojekt. Aber bis dahin gibt es nur ein Projekt zur gleichen Zeit, also ein Hauptprojekt und mehr nicht. So, damit habe ich gesagt, was ich sagen wollte. Ich danke für euer Interesse und dann sehen wir uns in meinen Projekten wieder. Bis dahin.